Jo, hier ist Stream Alarm und weiter geht's in einem neuen Anno 1800 Shorts. Heute zeige ich euch, ob sich der Skyline Tower lohnt. Und rein da! Wir sind direkt hier auf der Insel A9 und hier steht ein Skyline Tower direkt vor uns. Und wie ihr seht, hat der Skyline Tower hier mit den kompletten Gütern, die ihr versorgen müsst. Nicht Brillen, Kaffee, Energie, dann brauchen sie Glühbirnen, Sekt, Zigarren, Schokolade und Dampfwagen. 3000 oder 2700, 2800 Einwohner roundabout. Wenn wir das mal hier anschauen, die Schokolade schwankt hier ein bisschen. Also insgesamt kommen wir hier auf 2800 Einwohner, die im Skyline Tower drinstehen. Diese 2800 Einwohner, die ihr nur einer Versorgung zu verdanken habt, wenn ihr die Grundwaren versorgt, auf einer Kachelfläche von 9x9. Wie ihr seht, ich habe das Ganze mal hier aufgebaut. Das Skyline Tower braucht 9 Kacheln. Schauen wir uns mal die Häuser an, die daneben passen würden. Hier insgesamt, da habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und diese 9 Häuser, wenn ihr sie nur mal insgesamt mit 275 rechnet, dann sind das weniger Einwohner, als wenn ihr den Skyline Tower nicht setzen würdet. Ihr habt hier 9 Häuser, das ist die gleiche Fläche wie der Skyline Tower, den ihr habt. Und da sind 2800 drin. Allerdings sind, wenn wir das mal im Taschenrechner eingeben, könnt ihr ja mal rechnen, einfach 9x275 Average Einwohner, also 9x275, nur 2475 Einwohner. Und damit lohnt sich der Skyline Tower für euch. Außerdem sieht der auch noch schön aus. Und ihr habt natürlich jetzt insgesamt hier auch eine Straße, die ihr weniger setzen müsst. Ihr braucht hier drinnen natürlich für dieses Haus hier, was ich jetzt einmal rausnehme hier, keine Straßenanbindung. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr mal ein Leck im Rathaus habt, das kann ich euch auch mal zeigen, prinzipiell hier ein Rathaus hin. Hier ist noch ein Rathaus. Da. Dann könnt ihr den Skyline Tower auch einfach hier hinsetzen, wo ihr keine Rathausabdeckung habt. Seht ihr das? Und somit nutzt ihr den Platz optimal, denn der Skyline Tower, der gewinnt nur 10 Einwohner durch das Rathaus. Und das braucht ihr dann wirklich nicht. So könnt ihr quasi Lücken abdecken, wo ihr eigentlich sonst den himmelblauen Lieferdienst auch nicht hättet und versorgen müsstet mit den Waren, die durch den himmelblauen Lieferdienst abgeweckt werden. Nämlich Kaugummi in dem Fall. Und ihr müsstet Billardtische stellen und ihr müsstet die Violinen stellen. Das braucht ihr alles nicht. Somit kann es hier Skyline Tower für euch nur lohnen, egal auf welche Insel ihr entstellt. Baut ihn einfach hin. Das war Stream Alarm. Lohnt sich das Skyline Tower. Bis bald.